Ja, hallo, wir sind weiterhin bei den komplexen Zahlen und der trigonometrischen Form und ich zeige euch einen weiteren Trick, der im Zusammenhang mit der trigonometrischen Form benutzt wird. Gut, bei diesem Trick geht es um Folgendes. Nehmen wir mal an, ihr erhaltet die Aufgabe, diesen Term hier umzuwandeln in die trigonometrische Form. Ja, manche werden jetzt sagen, das ist doch schon die trigonometrische Form, aber da muss man genau hingucken. Hier sind nämlich Sinus und Cosinus vertauscht worden. Ja, das ist keine trigonometrische Form. So, und mit diesem Trick zeige ich euch, wie man diesen Ausdruck hier in die trigonometrische Form umwandeln kann. Ja, der Trick ist nun, dass ich diese beiden Formeln hier, die aus der Trigonometrie stammen, anwende. Ja, machen wir das mal, fangen wir hier an. Also diesen Sinus-Term hier, den wandle ich um in Cosinus von Pi halbe minus Phi. So, dann kommt hier mein Plus I mal und dann kommt dieser Term hier, den wandle ich mit der zweiten Formel um und erhalte dann Sinus von Pi halbe minus Phi. Okay, das war schon die Umwandlung. Gut, kontrollieren wir mal eben, ob wir richtig gerechnet haben. Wir wissen ja bereits, es müssen drei Bedingungen erfüllt sein, damit die trigonometrische Form vorliegt. Die erste Bedingung ist, es muss die sogenannte Cis-Form vorliegen. Ja, nehmen wir mal hier den ersten Buchstaben von Cosinus, das ist ein C und dann haben wir hier die imaginäre Einheit, dann nehmen wir das I und vom Sinus nehmen wir auch den ersten Buchstaben, das ist ein S und dann sehen wir, da steht ein Cis. Ja, und in amerikanischen Büchern, da wird diese trigonometrische Form auch einfach meist abgekürzt als Cis. Das schreibt man gar nicht mehr aus. Gut, die zweite Bedingung für die trigonometrische Form ist, dass hier die beiden Winkel gleich sein müssen. Ja, also es geht nicht, wenn da steht Cosinus Alpha plus I mal Sinus Beta. Ja, das geht nicht. Die müssen gleich sein, die beiden hier. Ja, und deshalb nennt man diese Cis-Form manchmal auch Cis, nennen wir mal Beta jetzt, Cis-Beta oder Cis-Alpha, je nachdem wie der Winkel heißt. So, und die dritte Bedingung ist noch, hier muss ein Plus stehen. Ja, da darf kein Minus stehen und wenn da ein Minus steht, gibt es auch einen Trick, den habe ich euch ja schon gezeigt in einem anderen Video. Gut, dann wische ich das mal hier unten weg und dann hatte ich euch ja noch versprochen, ich will euch diese zwei trigonometrischen Formeln hier eben beweisen. Das geht ganz schnell, die findet ihr nämlich in wenigen Lehrbüchern. Dazu zeichne ich mal eben hier die Sinus- und die Cosinus-Funktion auf. Fangen wir mal mit der Sinus-Funktion an. Da haben wir hier Pi, hier haben wir 0, hier haben wir 2Pi und die Sinus-Funktion, die verläuft so. Hier geht es dann weiter. Kann ich ja auch noch mal eben aufzeichnen. Also das ist die Sinus-Funktion und die Cosinus-Funktion, die ist ja nur phasenverschoben. Die zeichne ich auch mal eben auf. Dann haben wir hier 0, haben wir hier Pi und hier haben wir 2Pi. Die beginnt also hier mit der Spitze, geht dann hier runter, hat ihr Minimum, hier wieder ein 0-Durchgang und hier wieder ein Maximum. So und hier geht sie natürlich noch weiter. Okay. Gut, zunächst einmal zeige ich euch, wie man es nicht macht. Also nehmen wir mal an, wir haben hier die Sinus-Funktion, die möchten wir ja ersetzen. Also ich schreibe schon mal hin, Sinus-Phi möchten wir ersetzen durch die Cosinus-Funktion. So, jetzt kann ich folgendes machen. Ich gucke mir mal die Sinus-Funktion an. Die beginnt hier mit einem steigenden Teil, dann fällt sie runter und dann geht sie ins Negative. Und wenn ich jetzt folgendes mache, wenn ich die Cosinus-Funktion nehme und beginne hier an zu, also die Cosinus von hier an zu betrachten, dann geht sie doch auch zunächst einmal nach oben, so wie die Sinus-Funktion, dann nach unten und dann geht sie ins Negative. Das heißt, ich kann die Sinus-Funktion ersetzen durch die Cosinus-Funktion, durch diese hier. Wenn ich etwas weiter links anfange, also bei Phi minus Pi halbe. Hier ist Pi halbe. Phi minus Pi halbe. Gut, jetzt wollen wir ja noch die Cosinus-Funktion ersetzen. Cosinus-Funktion, die beginnt hier mit einem Maximum, geht dann hier runter und dann ins Negative und dann wieder hoch. Und da könnte ich doch genauso gut die Sinus-Funktion nehmen, wenn ich bei Pi halbe anfange. Also hier, da ist Pi halbe. Hier ist Pi halbe da oben. Da fange ich jetzt an. Ja, dann verlaufen die beide gleich. Die gehen zunächst einmal nach unten, dann gehen sie ins Negative und dann gehen sie wieder weiter hoch. Also ich muss die Sinus-Funktion anfangen bei Phi plus Pi halbe. Hier ist Pi halbe. Phi plus Pi halbe. So, jetzt könnte ich diese beiden Formeln ja benutzen. Das heißt, ich könnte es versuchen, den Sinus hier durch den Cosinus ersetzen und den Cosinus durch den Sinus. Aber da taucht ein Problem auf. Dann hätte ich da nicht die trigonometrische Form, sondern sowas ähnliches. Ich hätte zwar die Cis-Form, aber wir hatten ja gesagt, die Winkel müssen gleich sein. Und das sind sie eben nicht. Die sind dann unterschiedlich. Ja, und deshalb klappt das mit diesen Standardformeln, die ihr aus der Schule kennt, funktioniert das nicht. Aber man kann das so ähnlich machen und dann funktioniert es. Gut, also wir wollen jetzt wieder versuchen, die Sinus-Funktion zu ersetzen durch die Cosinus-Funktion. Und die Sinus-Funktion hatten wir ja gesagt, beginnt hier mit einem Nulldurchgang. Und an diesem Nulldurchgang geht es erstmal nach oben. So, jetzt machen wir folgendes. Wir suchen uns erst wieder hier diesen Nulldurchgang. Da haben wir zum Beispiel hier einen. Da haben wir mehrere. Und gehen jetzt aber in die andere Richtung. Denn wir haben ja gesagt, hier muss ein Nulldurchgang sein, aber der Graph muss dann ansteigen. Ja, der fällt aber hier runter. Aber wenn wir in die andere Richtung gehen, dann steigt er doch an. Ja, und es sagt ja niemand, dass wir nicht in die andere Richtung gehen dürfen. Ja, also gucken wir mal. Wir haben hier einen Nulldurchgang und gehen dann hier zur Spitze. Wenn ich jetzt den Winkel von dieser Stelle von Pi halbe rückwärts laufen lasse, ja, dann habe ich auch einen Nulldurchgang, der zur Spitze geht. Nulldurchgang geht zur Spitze. Nulldurchgang rückwärts durchlaufen geht zur Spitze. Das heißt, ich muss den Winkel hier rückwärts laufen lassen und bei Pi halbe anfangen, also Pi halbe und den Winkel Pi rückwärts laufen lassen. Ein Minus davor machen. Gut, das Gleiche machen wir mit der Kosinusfunktion. Wir wollen ja noch die Kosinusfunktion ausdrücken durch die Sinusfunktion. Die Kosinusfunktion beginnt hier mit einer Spitze und geht dann nach unten. Eine Spitze, die nach unten geht, habe ich bei der Sinusfunktion hier. Eine Spitze, die nach unten geht, wenn ich das Ganze rückwärts laufen lasse. Wobei man sagen muss, von der Spitze geht es in diese Richtung nach unten und in diese Richtung. Ja, aber wenn ich hier in die positive Richtung gehen würde, dann hätte ich ja hier Pi halbe. Hier ist Pi halbe plus Phi und dann hätte ich wieder das Problem mit den unterschiedlichen Winkeln. Also gehe ich wieder in die negative Richtung. Dann habe ich hier Pi halbe. Ich beginne die Sinusfunktion bei Pi halbe. Ich schreibe schon mal auf. Da beginne ich die und gehe dann in die negative Richtung. Ja, und dann habe ich wirklich das gleiche Argument, also den gleichen Winkel, nämlich Pi halbe minus Phi. So, und jetzt kann ich dieses Sinus und Kosinus hier durch diese beiden Formeln ersetzen. Dann habe ich die Cisform, die Winkel sind gleich und ein Plus. Also alle drei Bedingungen sind erfüllt. Ja, das war's. Wir sind am Ende. Auf Wiedersehen.